guten morgen heute in türchen nummer vier spielen daniel und ich speedrunners ich wünsche euch viel spaß beim video geht ab hot hat was geht ab unique schwucht leinhorn es gibt hier eine weihnachtsmap aber da muss zufall ich kann ja ja aber was mit ss er hoffen sie ich weihnachtsmap aber die habe ich nicht direkt los geht ja kurzerklärung ich bin der hot hat dann ich bin was dieser unique ja und gewonnen hat der da gibt es runter ja gewonnen hat er das war jetzt nicht so geplant der der den anderen aus dem bildschirm rennt im prinzip also man muss von einem weg laufen scheiße oh gott und wenn der andere nicht mit dem bildschirm ist hat er gewonnen scheiße so jetzt so bei daniel schon weiter als ich bin ich gestorben und er hat ein punkt muss ja nicht nur ein elektronischer ausfangen ja und die bitte wieder alle jahre nein bg wo scheiße gut die map habe ich auch glaube ich noch nie gespielt aber die map wiederholt sich dazu das ist so ein rundgang und dann gewöhnt man sich natürlich auch an die an die stellen man kann so ein lasso sei es und haken enthaken sind wir kauer und indianer nein doch erst um und item ein ende haben kann man nur an den weißen stellen wo man das sind korrekt also das video wird scheiße dreck nein diese stelle ich komme da nicht weg wollte gerade sagen beide beide zwei gleiche stelle direkt das video wird die meiste zeit daraus bestehen so arzt ich hab's auch vergessen warum man wir haben wir haben eben zehn minuten oder so testaufnahme gemacht aber voll knapp überspannend ja ich habe eine neue map freigeschaltet die weihnachten ne vielleicht kriegen wir ja ja die sponung steigt ja weil es am anfang nicht wo es lang geht oh scheiße ich bin zu weit da gibt's dann hast du weihnachten der muss natürlich durch bringen du bist aber auch nur pfiffwurst scheiße was war das habe keine ahnung jawohl der war eine streckskisten da schon wieder nein ich wollte lol sagen hab leider gesagt Loll. Los. Diese Wandsprünge, ey. Versteh nicht, ja? Das war mir fast klar, ey. Ja, natürlich. Oh, schon wieder. Gleiche Stelle wieder. Achtung. Ja, okay. Wir sind jetzt schon wieder in der zweiten Runde. Dumm. Nee, Skill. Oh, Pisser. Da hab ich dir die Items weggenommen, ne? Ja, Pisser. Oh. Und da zieht er davon. Ah, jetzt hast du eine Scheiße. Da wird dann auch, wenn es ein bisschen lang dauert, geht der Bildschirm. Ja, da wird es natürlich super spannend. Ist doch manchmal auf einem Minimalbildschirm. Mal gespannt, ob wir das hier noch hinkriegen. Aber falsch hast du. Vorbei. Oh, der geht. Nice. Der geht tatsächlich weg. Ah ja, wir haben die Beleidigung vergessen. Also der Part wird so, hm, ah, schade und Beleidigung. Ja, stimmt. Oh, ich fall dann auch immer da so dumm hin. Ja, Skill. Oh, Falsch hast du. Oh, Falsch hast du. Scheiße. Kann ich hier nicht irgendwie Vollgas machen oder so. Ist das, keine Ahnung. Oh, ist das voll reingelaufen. Weiß nicht, was das war. Ich hoffe. Oh, das ist knapp. Ha. Jawohl. Ha. Jawohl. Ah, Mann. Ist halt, je weiter du vorne bist, desto weniger siehst du halt auch. Ja. Nein. Kiste. Oh, die. Dann sind die Kisten halt direkt vor meinem Face. Ey, komm schon. Ey, Mala. Oh, jetzt hast du dich. Oh, du Muschifutz. Ich hatte die ganzen Haken, war aber nicht nah genug an dir dran. Hm. Hm. Okay. Bis drei geht übrigens, wer zuerst mal Punkte hat. Ja, aber wir machen das noch. Ja, natürlich. Ja mal. Für einen Wettstreit zählt die drei. Du Wichser. Oh. How will we dare you? Ah. Dafür zu früh, aber. Ach, halt. Wir haben's. Ich bin später und ich wäre hier ausgetimt auf dem Schirm. Oh. Nee, ne? Jawoll. Gerade so, ich bin noch in die Stachel. Nö. Nö. Für den Hothead. Nö? Nö. So geht's nicht rein. Oh, der geht auch noch und wieder weggenommen. Fixer. Ah, die Kacke. Ah, die Stacheln. Oh, ne, jetzt kommt meine Hassstelle. Oh, die Stelle wieder. Ah, Mann! Das ist eine Tatsache. Oh, das ist scheiße. Ganz im weihnachtlichen Gedanke. Ja, ja. Hier den Friends mal eine reindrücken. Mach mal Zufall. Hier, beide auf Zufall. Ja, komm. Lass jetzt die Würfel in Schäden. Ich will eine Runde gewinnen. Ich will eine Runde gewinnen. Oh, die habe ich hier im Fall gespielt. Ich weiß nicht, was lang geht. Erst mal springen. Oh. 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 Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, Bandspringer, oh Gott. Ah, kack. Oh. Oh. Okay, züchtig geil. ich dachte ich bin hier auf die färse weiter mehr jetzt scheiße jetzt nein jetzt habe ich aber pech dann geht es da langsam ok hier oben lang ist mies die kontakt dann aber nie Simonet Nein 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 Oh Läuft Ach was, was bist du hoch Der Hothead Hothead ich springe über den bus drüber ist natürlich auch dumm nein jetzt muss ich da hoch nee oder ich hab die kiste nicht gesehen wie billig war das kommt doch an wie toll so eine kiste ist das war dumm weil das ist schon gebraucht ist ja lol oh nein habe ich da schnell geschaltet aber dann nicht gut reagiert was war das war nun steigt inermesslich ja tot war unvermeidbar Was? Welchen für Maus du bist? Scheiße. Boah. Dumm. Die Dye. Oh, jetzt kommt meine Hassstelle gleich wieder. Diese hier. Oh, ist da knapp. Warum komme ich denn da nicht hoch, ey? Hey, du, verpiss dich mal. Falscher Weg, Digga. Jawoll. Scheiße. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich wollte sagen, wir machen noch eins. Ja, komm. Ey, da gäbe auch. Einkaufszentrum. Neue Map. Hast du die Einkaufszentrum Map auch? Sollen wir die im Nebenwelt oder wieder Zufall? Ja, mach die, weil ich habe sonst keine andere. Einkaufszentrum. Schändler. Naja. Der Chat steht ja immer noch unten manchmal. Was? Also. Häubchen. 200 Oh. 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 DU WIGSSZEJK. Oh. Oh, wie dumm. und dann habe ich pech dass es nicht nach links weiter geht sondern nach rechts und jetzt komme ich dann nicht hoch welchen schwanz bin das habe ich natürlich nie gesagt aua ja 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 action zu action manchmal manchmal verkackt die band von der dann auf uns was sagt was da das hat voll schwul gelacht hat zu nix gegen schulen lachen aber das war nur stück ja ja was war das abschiebende scheiße dennoch am stoffen oder knapp das jetzt naja dann halt so glücklich doch mal ja dann zu glück dass nur nach links oder aber hat ja ich habe ja das ist ja fiktig voll ja auch gedacht wenn ich nicht verstehe ich habe gedacht dann sind tot das spiel vorbei wie immer und er hat schon wieder seine kacke kralle da was 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 bringt der schalter dann das weiß ich nicht so genau ich werde auch so umgelaufen ist ja dumm gewesen woher habe ich gerade erschrocken alter ja mega ah 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 ich sehe halt nix vorne jetzt oh ich bin cool nein lol nein die habe ich letzte runde da gelegt nein 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 siehste und dann kommt so ne scheiße dabei raus oh ich bin noch da ne ja nein siehste da ging es nicht weiter sodass du noch schön im Bildschirm bist ey das ist scheiße dieses spiel, jedes spiel hasst mich es ist so unfair die wird jetzt einfach weitergegangen Halt die Fresse, ich brenne, ich bin Hothat. Ah ja, komm. Boah, du trägst. Das ist dumm, das ist echt dumm. Oh, echt dumm. Echt super dumm. Oh, wie dumm. Oh Gott. Oh mein Gott. Siehst du, es geht natürlich nicht weiter da. Meine Fresse. Nee, Kiste. Oh, lol. Oh, ich lass dich dann aber auch noch rankommen. Das ist so dumm. Ich wär weg gewesen gerade. Ja, ja. Oh, jetzt. Neeein. Boah, Alter. Ja. Boah, verdient die Runde. Ja. Ja, mach ich denn. Boah, das ist scheiße. Nee, falsch. Oh Gott, das war dämlich. Boah, verdient aber du. Da wollte ich zu schnell zur anderen Seite. Da bin ich aber eindeutig das bessere Team. Ja, ja. Jawoll. Die Trickskiste von der letzten Runde noch. Ah. Er hat schon wieder so ein Ding, ey. Ja, ich hab mir viele. Oh, Mann. Magst du mein Ding? Keißsaal. Nein. Uh, du, 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 du. Oh. Das ist so deprimiert, Oleg. Oh, ich konnte nicht sind, weil ich geschickt war. Was. Come back to me. Komm zu mir. ne ne wansprung ich lebe noch jetzt hatte ich glück oh ich habe die kisten nicht gesehen Das war aber eine geile Runde drin! Geiles Game! Ist natürlich auch für die Zuschauer, muss man jetzt mal ganz was sagen, eine Möglichkeit von den ganzen Spielen, die wir hier anbieten im Kalender, man zu sagen, das würde ich gerne öfter sehen. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Haut das ruhig mal in die Comments.